Musik Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin hier mit Lamia, Mama, Papa und Carlos. Und wir wollen jetzt zum Mediamarkt, wir sind auch schon da, wir müssen nur noch rein. Wir sind jetzt hier drin, das ist der Großteil. So sieht das aus. Und ich gehe jetzt mal nach einem Handy gucken. Wo ist denn Lamia? Da. Lamia ist heiß. Soll ich mit der gucken? Soll ich jetzt mit Lamia? Soll ich jetzt mit Lamia? Suchst du die Kinder-DVDs? Die sind hier. Komm. Also hier sind die Ds und hier sind die VDs. Hier ist Zarduna. Okay, was suchst du denn? Äh, kein Sohn. Suche ich von hier von. Von den CDs? Ja. Ähm, Pop-Troll. Ja. Den suche ich auf jeden Fall. Ich glaube, die haben hier kein Pop-Troll. So, ich stehe hier gerade für die Nintendo-Sachen. Ich brauche für 3DS. Äh, Pokémon spiele ich nicht. Ich suche Mintopia. Mintopia. Was ist denn das für ein Spiel? Cool. Kann man die schminken? Da ist Mintopia. Mintopia. Das kostet 39, das kostet 40. Ich finde das cooler. So. Ich habe mir jetzt diese DVD hier ausgesucht. Und das war mit seinem Einhorn. Lamia hat auch eins in den Haaren. Oh. Und bei mir hat sich tausend CDs ausgesucht. Und, ähm, ja, das ist H2O. H2O. Und, oh, ich will auch mal. Ich will auch mal. Cool. Will ich auch mal? Oh. Was muss ich machen? Das ist ja richtig mega. Das ist ja richtig mega. Das ist ja, ne? Richtig übel. Du musst hier näher ran. Was soll ich denn machen? Ist das auch das? Oh mein Gott, wo bin ich? Ja, kannst du dich umgucken. Du siehst überall was. Da war ich in so Düne, war ich in so einem Eisding, ey. Da kam eine Robbe runter. Ich habe mich so tot erschrocken. Ich habe gerade tief im Spressen. Aush. Ja, siehst du, was die Chloe gerade sieht? Ja, da. Hüpfen, hüpfen musst du. Ach, da bist du. Ach, da bist du. Das ist leer. Ah, Achtung. Das war so richtig cool gerade. Diese Brille und erschreckert ein Junge, weil der auch die Brille anhat. Und, ja, Mian ist dort. Oh. Ich schleiche ihr jetzt mal hinterher, habe ich das abenteuer hier. Ah. Ah, ah. Oh, ich sehe nur einen Hintern. Ein Popo. Da lachst du doch. Wir sind jetzt hier bei den Kühlschränken. Ich mache mal hier den auf. Oh, mein Gott, ist das groß. Ist das kalt? Und auf der Seite ist noch mehr. Das ist ja mega cool. Und hier. Und irgendwie hier auch. Oh, Mama, das ist groß hier. Aber jetzt auch wieder mit, ähm... Ohne. Ohne? Aber hier gibt es keine Ohne. Hier, das sieht ein bisschen nicht schön aus. Na, dann nehmen wir doch den hier. Den nehmen wir doch den hier. Oh, ja, der ist cool, aber irgendwie auch nicht so. Der ist klein. Der sieht schön aus. Und hier ist auch Platz. Und wir gucken auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hier rum. Und dann melde ich mich gleich. Wir müssen uns nachdenken. Nachrichten gibt, kam euch lieb. So, Lamia und ich spielen jetzt. Ich bin ein Hund. Und Lamia muss mich erschrecken. Habe ich auch gerade bei dir gemacht. Aber sie hat sich so erschrocken. Und so... Ich muss gucken, wo die ist. Ah! Ich will nicht das einmal, okay? Ja. Es macht voll Spaß. Nein. Stimmt. Ich will nicht schreien, ne? Papa, Lamia, Carlos und ich sind jetzt im Auto und warten auf Mama. Und wir müssen ungefähr so eine halbe Stunde fahren, oder? Ja, denke ich mal. Und Lamia, freust du dich schon? Lamia! Lamia ruht sich schon aus, damit die gleich fit ist im Indoor-Spielplatz. Lamia, freust du dich schon? Also, ich freue mich. Ich bin gespannt, ob es da ein Trampolin gibt. Denn dann turnen ich auch. Und das werde ich bestimmt auch ein bisschen filmen. Und ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns, wenn wir da sind. Hab euch lieb. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz von dieser Spielhalle. Ich kann das nicht so aussprechen. Auf jeden Fall heißt das so. Das ist holländisch oder so. Ja, niederländisch. Niederländisch. Fahre, wir können euch das ja mal unten in der Infobox verlinken, wo wir hier sind. Genau. Die sprechen, hier sind auch viele Deutsche. Ihr kennt ja die Kennzeichen. Ist ja in der Nähe von einer deutschlandischen Grenze. Ja, genau. Wir gehen jetzt rein. Carlos wird eingepackt in den Kinderwagen. Und dann filmen wir gleich, wie wir reingehen. Wir sehen uns drin. So sieht das hier aus. So, hier ist die Bar. Und jetzt sieht es im hinteren Teil so aus. Und da hinten gibt es meine Trampoline. Und hier kann man so mit so einem Wagen hier rumfahren. Werden wir mir und ich bestimmt auch gleich machen. Und ja, ich nehm euch jetzt einfach mal mit. Wir sprechen mit dem Wagen. Wir sprechen mit dem Wagen. Wir sind jetzt hier in einem Hubschrauber. Hier ist bei mir auch. Hat gerade so eine Brezel im Mund. Und ich zeige euch mal die Aussicht. Das ist mega cool hier. Es gibt auch noch so andere, die fahren auf so einem Ding. Aber die fahren gerade auf gar nichts. Hier sind die Trampoline. Und wir müssen hier strampeln. Hier ist auch so ein kleines Leckerling. Eine kleinere. Und mir bitte. Dann zeige ich euch gleich mal Mama und Papa. Hier ist dann noch so ein Stil-Dingen. Da ist vielleicht Stilung. Und an mir macht hier ziemliche Blödsinn. Bleiben wir jetzt noch stehen. Dann gehe ich gleich noch mal aufs Trampolin. Kommst du bitte aufs Trampolin gleich? Ja. Cool. Wir haben uns jetzt so Süßigkeiten geholt. Okay, ich habe mir noch so ein Apples-Brading geholt. Das dauert immer. Schmeckt? Ja. Wollen wir jetzt auch mal ausprobieren hier. Was ist das? Das ist Apfel. Sugar-free. Ja klar, wer es glaubt. Das steht zuckerfrei. Okay, jetzt muss man sich halt wirklich im Mund spüren und nicht in die Wacke. Du hast ja nur den Geschmack im Mund. Nee, ich möchte dich an so einem Deo lecken. Das ist mir zuwider irgendwie. Das spürenst du dir unter die Arme und da leckst du da dran. Nee, geht gar nicht. Was es für Zeug gibt, ne? Das Kind ist lecker. Kannst du dir immer in den Mund spüren. So nix. Ah, lecker. Kapitän. Ja, fast nicht. Wieder ein Eis-Tee geholt. Ein Eis-Tee. So, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Schreibt bei uns in die Kommentare, ob euch dieser Vlog gefallen hat. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.